Rationale Zahlen. Da haben viele Leute Angst davor, weil das immer da geht, bloß mal Minus, was muss ich denn da machen? Das ist gar nicht so schwer. Und weshalb das plötzlich mal ins Negative gehen kann. Das wird alles einfach anhand eines Thermometers oder Schuldenstand oder was auch immer erklärt. Das sind ein paar Videos und ihr habt es ganz schnell verstanden. Andere haben es auch verstanden, warum ihr nicht? Also ich rede jetzt deswegen so viel, weil hier oben schon immer wieder links erscheinen. Ich sage es immer wieder. Und hier durchhalten zum Schluss des Videos erscheinen dann hier die Links zu den einzelnen Playlists oder zu Themen, die euch vielleicht noch berühren. Bruchrechnung, Gleichung lösen, weiß was ich. Werde ich dann alles hier noch anbringen. Werdet ihr dann gleich sehen. So, wer die rationalen Zahlen verstanden hat, der freut sich. Da wette ich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.